Leute, ich habe so eine miese Männergrippe, mich hat so erwischt. Wisst ihr, wie glühend heiß ich bin? Guck mal, ich nehme so ein bisschen kaltes Wasser, ja? Okay, Achtung, ich schließe nur meine Hand. Schaut mal, wie verdammt heiß meine Körpertemperatur einfach ist gerade. Das ist doch nicht normal!